Hallihallo liebe Leute, heute gibt es einen Livestream um 19 Uhr und zwar wird das so aussehen, dass ich um 19 Uhr anfangen werde mit einem Let's Play von Journey. Das werde ich Livestreamen und für die Leute, die den Livestream nicht gucken können, keine Angst, ich werde es auch aufnehmen. Das heißt, es wird Journey auch als normales LP auf dem YouTube-Kanal geben und ich rate mal, dass ich in ca. 2-2,5 Stunden mit Journey durch bin. Und das heißt, dass wir so um 21 Uhr oder vielleicht auch erst halb 10 mit, keine Ahnung, wahrscheinlich Black Ops 2 oder Halo 4 oder Gears of War oder irgendwas anderem weitermachen können. Und da kommen dann auch auf jeden Fall Dennis, also Vex und vielleicht kommt Affekoma auch noch. Also wenn ihr Bock habt, um 19 Uhr geht es mit Journey los und um 21 Uhr voraussichtlich dann mit Black Ops oder Halo 4 oder Gears of War oder irgendwas anderem, irgendeinem Multiplayer-Ding. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut vorbei. Ciao.